Ja, aus Sachsen. Es ist doch wohl hierzulande keine Sünde, aus Sachsen zu sein. Ja, mein liebes Sachsen. Und wie einer Kammerfrau. Sagten Sie einer Kammerfrau. Das soll ich wohl sein? So, Herbert, so setzen Sie anstatt Kammerfrau Kammerjungfer. Ich hörte, die Polizei ist sehr exakt. Es möchte ein Missverständnis geben, welches mir bei meinem Aufgebote einmal Händel machen könnte. Denn ich bin wirklich noch Jungfrau und heiße Franziska. Mit dem Geschlechtsnamen bin ich. Ja, Franziska bin ich. Ich bin auch aus Thüringen. Mein Vater war Müller auf einem von den Gütern des gnädigen Fräuleins. Es heißt ein Ramsdorf. Die Müde hat jetzt meinen Bruder. Ich kam sehr jung auf den Hof und war mit dem gnädigen Fräulein zusammen erzogen. Wir sind eines Alters. Künftige Lichtmesse, 21 Jahre. Ich habe alles gelernt, was das gnädige Fräulein auch gelernt hat. Bitte notieren Sie das. Und Herr Wirt? Die Polizei wird doch wohl nicht die Geheimnisse eines Frauenzimmers zu wissen verlangen. Nädiges Fräulein? Was ist zu tun? Ich hab's. Herr Wirt, aber das ist ja unter uns und der Polizei bleibt. Und wir sagen, wir konnten dem Könige einen Offizier wegzukapern. Ohne uns von ihm kapern zu lassen. Beides ist eins. Was? Beides ist eins. Beides ist eins. Beides ist eins. Beides ist eins.